Du machst in deinen Videos gerne mal auf Fahrtisch auf Aber im Gegensatz zu mir meinst du das erst, deshalb lach ich dich aus 25 Leute sind schon insgesamt auf Stufe 5 und 4 sind bis jetzt auf Stufe 10 Das seht ihr dann hier, das ist jetzt auf jeden Fall schon ausgefüllt Da wird jeden Tag kommt ein Update und ich mache alle zwei Tage einfach ein neues Update Video für euch Ab hier geht das los Man sieht, also Simon Raki ist nicht da Harsi und Drax sind die beiden neuen, die jetzt auf Level 10 sind, die auch schon hier mit in meiner Liste sind Draxi, Harsi, Ryder, Sora, das sind die ersten 4, die jetzt schon Registriert sind dafür Man sieht jetzt hier auf Seite 1, da ist schon eine Menge los Es gibt aber noch sehr sehr viele auf Level 1 und die sind schon lange auf Level 1 Dann auf Seite 2 kann man dann sehen, hier Level 10, hier Level 10, Level 5 Level 9, Level 9, ich denke mal Gurkentennis und Atze, dein Freund Die werden das Die werden das morgen hinbekommen irgendwie Mal gucken, also ich denke, wenn morgen das Update da ist, dann sind die definitiv Level 10 Das heißt, dann hätten wir schon 6 Leute, die mit in der Liste mit eingetragen sind Und hier sind dann auch noch ein paar, das wurde noch nicht geupdatet Deswegen sieht man hier und hier und hier, hier, hier sieht man noch keine Namen Weil die Level 1 sind also nur registriert, aber noch nichts gemacht Wer sich denn hier wiederfindet in der Liste, kann das ja mal schreiben Also Tatütata weiß ich ja, wer das ist Ich helfe René hat jemand schon ein Beispiel gemacht Und Matrix X12, der Perser ist auch schon auf Level 6 Wenn die das jetzt weiterspielen, ich glaube mal, dann sind die morgen auch schon mit Level 10 dabei Werden wir ja noch sehen, das ist auf jeden Fall jetzt erst Stand der Dinge Hier habt ihr nochmal ein paar Namen Da könnt ihr euch das alles nochmal angucken Das war Update Nummer 2 Wie gesagt, ihr könnt auch, auch wenn das Gewinnspiel nicht mehr da ist Wenn ihr Leute kennt, die wollen ein LoL-Spiel, könnt ihr denen ruhig mal einen Link geben Weil, ich habe gerade gelesen, dass man sogar immer Riot Points kriegt Für alle 50 Freunde Jeder 50. Anwerber, nach der 100 bekomme ich 5000 Riot Points Weil dann könnte ich jedes Mal, wenn ich die 50 voll habe, die 5000 Riot Points dann verlosen Oder einfach zwei Skins verlosen Zwei große Legendary Skins dann an euch Könnte man dann so eine coole Verlosung machen Wäre halt eine coole Hilfe Also ihr müsst damit nicht aufhören Wenn ihr dann Leute habt, die das anwerben Natürlich geht es jetzt reihenweise erstmal darum, dass wir hier die 50 erreichen Und den mittelalterlichen Twitch bekommen Alles andere ist jetzt sowieso egal Aber wenn ihr danach Lust habt, könnt ihr ruhig noch ein paar Leute anwerben Wenn die Lust haben auf LoL Und dann können die das über meinen Link machen Da spricht nichts dagegen Ich sage erstmal, danke fürs Zuschauen YouTube Das war Update Nummer 2 ist das jetzt schon Und übermorgen, also 29. am 30. kommt das neue Update am Samstag Deswegen sage ich danke bis jetzt für alle Leute, die mir wirklich helfen Ich bin immer noch am spekulieren So ein bisschen mit einem Kollegen zusammen Hätten die das auch gemacht, hätte ich gesagt Ich verlose gar nichts Er sagt, na dann hätte vielleicht nicht mal die Hälfte mitgemacht Glaube ich auch, weiß ich nicht genau Ist mir relativ egal Wie gesagt, ihr helft mir, ich helfe euch Deswegen sage ich danke an die, die bis jetzt mitmachen Und wir sehen uns am Samstag beim Update Nummer 3 Tschüss Du machst in deinen Videos gerne mal auf, warte ich auch Aber im Gegensatz zu mir meinst du das erst, deshalb lach ich dich aus Du machst du es mitmachen, ichλοιAUyne in deinen Mannschaft Und du kannst dich chacunen und schicken dich aus dem Und du kannst dich dafür glaub ich humpfinde Dis 1950 $Adam